Aber immerhin Dreimal schuppern ist das super Abendu mal zu finn ist er Der ist nicht einmal so schwer Der ist anscheinend der leichtere von dem Da taucht der Ratter los auf, oder? Das ist ein D-Bit Ja, wir sind schon verursacht, mit der Ratter los zu haben Jetzt mal bin ich vor Ort und werde fliegen Ich kann aber nicht fliegen Ich kann ja wohl nicht fliegen Das wäre gegen den auch nicht zu verschauen glaube ich Dass der Explosion Element hat Ich bin bereit. '' 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 Schuhe nach Aterle, oben ist der eine von der Waffe. Wo können wir das? Wir tun ja nicht einmal was. Wer hat einen da dritten? Oh, ich helfe ja wieder. Ich bin da weg, du scheiß Ficht. Jetzt beim Laden. Der Spiel ist gut am Lover. Wir müssen deswegen die Teile abholen, ob er fertig ist oder was? Der muss doch am Lover haben, am Lover. Drei Teile, hat er gleich fallen lassen. Schlecht. Das war schlecht. Das war ein schlechtes Temmel. Kann man die Viecher an oder? Kein Sau interessierende komische Flugviech an. Der ist schon sehr wichtig. Echt, ich hab's gesagt. Jetzt ist ein Toh drüben. Ich weiß nicht, wie ich brauche. Da, Lesbe. Kommt da los. Wo ist er denn jetzt hin? Das war ein kaltes Getränk, ne? Schwuppt, Theo. Hier. Hm. Jetzt war er hoch. Hoppala. einvиз者. Standweb. Davon.. Tippem. Dann muss erfare. Dannempatorium. I dragon insät. Ich bin natürlich. Was ein efector, das für Sieg nochaco? Wahrpen sind. Was matters? Ich diu mich. Wenn ihr die Eitechsen geht eigentlich, gell? Ja, die ist, wirklich. Ne, Kaffee. Der Kaffee war dann auch so interessant. Nein. Und ich hab's mal, wenn ich die Beine reinkasse, dann hab ich mich aufgetaucht. Da, was ist da alles? Schon wieder Material. Kälteffekte haben komplett nachgelassen. Nitro Pilz. Jetzt haut er ab. Wird er liegen wahrscheinlich. Wo ist er jetzt? Hä? Verschwung. Hä? Alter, was ist denn da für ein... ...geheimer Platz, Alter? Ich weiß, wenn mein Viech ist verschwunden. Stopcard. Alter, da ist die Fuhle Mucke. Aber es ist da niemand. Da drommeln sie und spülen sie. Aber es ist keiner da. Ich muss ja mal alle Viecher finden. Ich will nicht einmal noch alle gefunden. Ey, ey, ey. Ja, bei 8 ist einer auf der linken Seite... ...ein 3. Ich weiß schon da. Bei 10... Ich muss ja mal die Monster finden. Und das auch mal. Ah, wie haben wir die Wespen gestochen. Ach. Und der Mucke schaut mir rein, dass ich wieder... in den Sub. Sollen wir da auch wieder kommen? Für Platz, oder? Ja, das Viech hat alles abgeholt, ne? Das gibt's halt mehr. Dann kann man wieder ein Lager machen. Okay. Dann machen wir später ein Lager. Oh, ich mitnehmen wir nur Schritt. Ja. Die Papageien-Echsen, die sind da. Mit ohne. Jetzt ja noch höher auf, ey. Okay. Okkili-Dokkili. Mhm. Ja, das ist die Beryl-Ablagerung, wo es gut scheint jetzt. So. Oh. Der Rathalos, oder was? Nein, nein. Der Rathalos, der schaut aus wie den Koprakopf hat, ne? Der, der Rathalos. Der, was uns da ein Kristall... Nein. Porallinsel. Ach so der? Ja, ja, ja. Ach so. Da fliegt. Der fliegt da bei mir schon fleißig herum, da. Der fliegt da bei mir schon fleißig herum, da. Na, der raus. Aber da schwimmt da. Da unten. Ah, da war ich schon mal. Da springen wir da runter. Ja, super. Also zwischen 10 und 11 tut dieser Knochen. Fertig. Und bei 8 und bei mitten. Nach links. Aber es ist ein Deutscher. Er hat mir eine mitgegeben. Und oben beim Anfang bist du recht und rechts da vergessen, oder? Kleine Spuren. Da. 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 Ja. Da. Dann habe ich Parkkopf dafür so gepanzert. E reply Mango dach. Oh, das Ding kommt wieder da. Fack sie an. Alter! Schießt doch hier, das ist ein paar Zettel. Warte, da ist doch nicht. Hier ist ein Auto. Ja, der will mir die Haul, ey, da hat sie an der. Ne. Die gebrochenen Teile hat er, als ob er nicht so war. Oh weh, unwichtig. Oh je. Hat der Bomber leer gerade. Ah, da ist wieder so ein Ding. Ah, flüchtet. Da hat die Haul gefüllt. Mhm. Ja, haut schon wieder ab. Gott sei Dank. Ich war sehr elendig verreckt, oder? Ich weiß nicht so. Schaut's mir jetzt an, die kotzen Viecher. Um die schon zu hart zu sein. Da werde ich mal ein... ...kartgetränk einschießen. Ah, die ist alles in Ordnung. Ne. Kann ich fischen können, aber. War was zu beruhigen. Spur ratterlos, alte Fußspur. Mhm. Und da auch. Und da hinten auch. Alles mitnehmen. Ah, der kommt jetzt daher gleich. Da ist er. Du bist schon wieder bei mir. Oh, bin ich voll. Ich geh aus dir raus. Da darf er was. Alles. Das ist nicht gut. Wenn ich fuhl bin, da muss ich ja ordentlich an, mein Sackerel. Ja. Wirkte verwalten. Was ist jetzt? Oder mitten im Kampf ist so eine Sequenz. Weil jetzt kommt wer aus der Lava. Ja. Geil. Sehr deppert der Fisch. Wir greifen auch. Oder was ist mit dir? Guck. Lava sijot. Ja. Na, das ist aber zu früh. Zu früh rein geholt, dieses Fisch. Leine. Hier Fischi, 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 Fischi. Hier Fischi, Fischi, Fischi. Da ist er. Gewinn. Was ist da? Jetzt kommen auf einmal andere Viecher daher. Mhm. Hoppala. Ich bin jetzt umgeduld. Gas dort an. Noch Gas. Methan. Jetzt haben sie wirklich voll versaut, das scheiß Fischi. Da kriegt ein Rad da rausgekämpft. Das ist der weg. Weil der deppert der Fischi da herkommt. Und das ist jetzt sau deppert. Ich kann über die Lava ja nicht rüber laufen, oder? Ja. Wurru. Oh, große Fisch. Zu, Schiui. Komm schon. Na, für Teiholz ist er nicht. Gebrochene Teile von Basel-Gausse. Okay. Hat er gerade gefeiert gegen ihn? Mal schauen. Da ist ein Fisch gekommen. Wo ist er? Hallo Fisch. Na. Das ist was Fischi. Oh, äh da. Aha. Ja, äh da wo ist denn der nicht banzert. Der ist zack. Wahrscheinlich weil die vier sind. Ja, da ist ein bisschen mehr nix bei der Füße. Und da ist ein Fisch. Ich glaub, ich hab alles leer gefischt. Ich glaub, ich hab alles leer gefischt. Da ist ja noch was. Fischen. Oh. Oh. Okay. 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 Ja, hör da auf einmal wieder. Hast du den kleinen, oder? Auf ihm da? Nein. Ja. Ich mag das auch nicht. Ja, geh weg vor mir Evianarisch, Alter. Ich kann nicht vorbei holen, weil das Fisch vor mir steht. Ich will ausweichen und das steht vor mir. Das ist ja... Ah, ich hab das leer gefischt. Ja, geht's ihr jetzt auch auf mich? Ja. Ja. Ich kann schon wieder einlogern. Geh mal weiter. Wo fliegt der wer? Bei mir? Keine Ahnung. Wie? Los! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Da ist er wieder... Nein, das ist ja nicht heute eine andere, was. Ist er schon verschwunden oder was? Hm! Der ist jetzt dort hinten? Wie ist er denn mit zwei Fächer da? Ah, der läuft weg. Schön. Dann flüchte du mal, du Tepper der Fisch. Was ist denn alles, ich sag dir was, da geht was los. Ja, es läuft. Brutaler Knochen. Halt der Fußspur. Halt der Sitzung verlassen. Ok. Naja, dann neb halt auch Seedrick. Agra Kaptabra. Käfer. Machen Sie eine Spur neu weg. Ja, ich steig auf. Halt der Fußspur. Da ist er wieder. Wie dort hat er sie versteckt bei mir. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ja, das ist er also wieder. Jetzt geht's und geht's. Explodiert es nicht mehr. Hier ist es schon. Ja, dann krieg ich ihn eigentlich wieder kurz. Das müssen die Nährstoffe mal eigentlich klatschen, sonst überlebe ich das nicht ganz. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da. Ah. Da muss er abdrehen und nochmal den Schwein zu bekommen. Da muss er sein. Oh, ja. Das war was nice. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Das ist gut. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Das ist gut. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Getränk, hart Getränk. Was? Na ja, Fischer letztlichst einmal, ha? Alte Furche habe ich gefunden, irgendwo. Wo ist denn da Furche? Ja, das ist immer lieb, was du da machst. Ich finde immer Spuren von neuen Viechern, die ich noch gar nicht gesehen habe. Geht das immer härter und härter? Aber, das ist ja eher... Wo ist denn jetzt der? Der ist ja wieder verschwunden. Der durch. Das ist er, oder? Du, da unten dann. Ich sehe nichts. Ich gehe mal weg da. Ah, da ist er. Ich habe gerade Aßen gehabt. Ich habe gerade mit Schiffen. Ah, ey. Du wärst schon krankig auf mir. Ah, du bist da. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Nein. Nein. Geh weg von mir. Ich tue dir nichts. Der Fischer ist der Böse, Alter. Ja, was hast du denn bei mir? Wo sind denn andere Probleme? Ja, genau. Ja, genau. Spuck mich dreimal an, gleich hinter mir, oder? Ja, genau. Spuck mich dreimal an, gleich hinter mir, oder? Nein. Oh, da ist die Böse. Oh, da ist die Böse. Oh, mächtig. So geht's rund. Boah, ey. Sag dir was. Die ist nicht da unten, ey. Da ist eine Krampfbahn an, du. Hast du eigentlich jetzt schon Dings die Fußsprünge gefunden, oder? Hahaha, aber ich habe alle Monster jetzt einmal. Okay. Wir kämpfen da gegen einen Fisch, weißt du? Der war der Letzte, was mir gefällt hat. Also hast du alle fertig gemacht, oder was? Ja, die anderen habe ich alle gefunden. Schau, jetzt stehen sie nebeneinander. Der Radalos und der Fisch. Hm. Jetzt schau ich mir das einmal von da aus an. Die tun sich nichts, die zwei. Die gehen nicht mehr ansprechen. Aber jetzt. Hand in Hand. Ja, jetzt gebt's euch. Ich weiß nicht. Jetzt blären sie sich die ganze Zeit an und das war's. Und der andere fliegt jetzt weg. Oder wie? Ja, jetzt sind wir auch rechts. Dann hau halt ab. Du kannst dich nicht mehr auf. Ja, jetzt geht das auch nicht. Ach so. Da ist' ich. Du kannst dich nicht mehr abschließen. Geh' dir doch mal. Ja, die sind ja auch an. Ja, die sind ja auch nicht. Comeh' ihr dich mit mir. Da ist das alles ganzartig. Hm, hm. Der ist nicht mehr angeschlagen und regeneriert der sich so schnell oder? Nein, jetzt kommen die anderen kleinen Opfen wieder, die sind so unnötig. Oh, die sind jetzt wieder hingelaufen. Ja, Thor! Ja, hör mal auf. Darf ich irgendwas tun? Ja, was ist denn jetzt für ein Theater? Er kommt nicht aus, er ist frei. Alter, das ist ja lächerlich. Alter, so ein Theater. Du siehst nichts, du kannst nichts tun, du kannst dich nicht bewegen. Was ist das? Weiter. Er läuft schon wieder weg. Kriege ich irgendwann mal wieder Gesundheit dazu, wenn ich was isse? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, so.